Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe ein bisschen das Lager sortiert. Äh, ne mein Inventar. Das wollte ich ein bisschen sortieren. Das habe ich jetzt gemacht. Mhh, habe ich noch irgendwas wichtiges dabei? Nö. Obwohl, das ist auch egal. Wir gehen ja sowieso nicht mehr in die Mine. Erstmal nicht. Warum ist das dunkel? Äh, ich will lieber schlafen. Schlafen wollte ich so. Ja, wir wollen verzaubern heute. Diamantspitzsacke verzaubern. Ähm, jetzt fragen wir nicht, wo sind die Diamanten? Sind die drüben? Ich schaue mal, ob die drüben sind. Oder sind die bei Bauernhaus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ei, 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 ei. Holz brauche ich auch noch. Ähm, mit zwei Stück. Und jetzt brauchen wir Diamanten. Bum, 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 bum. Ich glaube, die sind noch da hinten in der Kiste. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh. Nein. Ich glaube, wir werden verfolgt von Evil Chicken. Äh, du warst doch in der Hölle, oder nicht? Kannst du deine Eier oder deine, äh, ja, woanders legen? Ich habe Angst, ich will das nicht einsammeln. Äh, muss aufpassen, aufpassen. Böse Evil Chicken hier. Oh, Böse Evil Chicken. Warum trinke ich immer E? Ich muss, äh, so, genau. Äh, eins, zwei, drei. Äh, aufpassen. Oh, nein, nein. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Schmeiß weg. Ah. Glück gehabt, Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Boah. Hat doch eingesammelt, ey. Junge, Junge, Junge. So, die war ein Spitzhacke. Und dann ab nach oben. Und verzaubern. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, was wir da rausbekommen. Äh, ich hoffe, was Besonderes. Am besten, äh, Effizienz. Oder Behutsamkeit. Äh, müssen wir mal gucken. Ja. Ja, Askamon, du hast noch irgendwas vergessen. Lalalalalala. Ja, was habe ich denn vergessen, liebe Leute? Was habe ich denn vergessen? Na? Ja, genau, genau, da blaue Zeug. Wie heißt denn das? Äh, na, wie heißt denn das? Wo ist denn das überhaupt? Oben und da. 1,2,3 brauche ich, glaube ich Spannung, Spannung, Spannung Die Spannung, die steigt immer weiter Oh, ich bin ja echt mal gespannt Was wir da rausbekommen So Soll ich oder soll ich nicht? Oh, ich muss ja hier draufklicken Ich habe schon lange nicht mehr verzaubert So, klick mal drauf, ich will aber nicht Effizienz? Hmm Effizienzfrage zeigen? So, was haben wir denn? Hmm, naja Jetzt habe ich nur Effizienz bekommen Noch nicht mal Haltbarkeit drauf Noch nicht mal Wutsamkeit drauf Haltbarkeit wäre schon geil gewesen Wenn das noch mit drauf gewesen wäre Nur Effizienz Hmm Aber ich sehe gerade Verbraucht ja nicht mehr so viel wie früher Sagen wir mal in den damaligen Minecraft-Version Wir haben ja noch 27 Level Die kann ich wieder voll machen und dann kann ich wieder was verzaubern Achso, ja genau Kann ich hier irgendwann in meinen Rentenalter ist ja nicht mehr lange hin Dann kann ich hier ja alles machen Bis dahin bin ich ja eigentlich fertig, bin ich Rentner Hab ich alles fertig So, was machen wir denn, liebe Leute? Ich habe keine Ahnung Doch, ich habe eine Ahnung Genau Ich habe einen Plan Ich habe einen Plan Was kann man noch einen Plan? Spontaner Plan Aber jetzt nicht spontan Hatte ich glaube ich Äh, das ist schon ein paar Mal im Kopf gehabt Wegen Ähm Wegen dem Feld Wegen dem Feld Wir gucken ja gleich mal wegen dem Feld Dass ich da irgendwas mitnehme Komm, wir laufen mal zum Bauernhof Ich weiß jetzt schon, ich habe irgendwas vergessen Oder machen wir da weiter Und ich habe Angst, wenn ich eh will chicken Aber ich habe bestimmt Angst Hundi, Hundi Du hängst auch immer noch im Zaun, ne? Oh, 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 oh Ja, evil chicken Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich So viel evil chicken hier Naja, äh, hier sind noch Hündchens Und hier sind das alte Feld Das, ja Muss auch mal weg Ich guck gerade Hier könnte ich das auch mal machen, ne? Koppel Gefährlich Gefährlich Mit Koppelstone ausbessern hier Oder auf Deutsch Bruchstein So, wer es noch nicht gesehen hat Da im Hintergrund sieht man schon mal ein schönes Schönes, ich finde es schön Also mein schönes Bauernhäuschen da Das war auch eine Arbeit Junge, Junge Ist immer noch nicht fertig Die Inneneinrichtung muss noch Oh Gott, oh Gott, oh Gott Und da hinten ist Nicht nur eins Sondern eins und zwei Macht ein paar Evil checken Da ist noch ein Evil checken Hallo? Was ist hier los? Ich hab Angst Ja, das ist das Fachwerkhäuschen, ne? Ich sag's nochmal extra Könnte auch sein, dass zufällig ein neuer von euch Hier mich gefunden hat Eingeschaltet hat Und dann, ja Sieht das schöne Fachwerkhaus hier, ne? Gut, schön Ah, die sind immer noch klein Ich muss mal ein bisschen Länger hierbleiben Dass die Schweine dann mal größer werden Sorry, ich hab gar nichts zu essen dabei Die Felder, die Felder, die Felder Wo machen wir die Felder? Machen wir die hier hin? Was meint ihr dazu? Frage an euch Bevor ich dann mit anfangen Warte ich mal auf euer Feedback Äh, die Felder könnten wir hier ja hin machen, ne? Bräuchte auch nicht viel abreißen Da hätten nur ein bisschen was Also da Kleine Ebene Oder Pferde da hinten Naja Direkt haben wir auch Wasser hier Da brauchen wir auch gar nicht so viel mit Wasser arbeiten Mit Eimer Direkt die Felder hier machen So, und da oben konnte Burg hin, oder was? Nein, keine Burg Oder da? Nein, 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 nein Keine Burg Noch nicht Vielleicht in 10.000 Folgen Äh, ne 100.000 Folgen Vielleicht dann irgendwann mal Ja Ähm Ja Wie viel Zeit habe ich noch? Eieieiei Ich mache erstmal 10 Minuten Folgen Aber heute auch wieder Habe nämlich viel Zeit Wurde eigentlich länger machen Aber ich habe noch einen Termin heute Und deswegen Kriegt ihr aber das Standard 10 Minuten Juhu, wirklich anfangen kann ich denn nicht Ähm, aber ich warte mal auf eure Antworten hier Das müsste dann weg, ne? Das machen wir direkt eben hier Das machen wir eben hier Das machen wir eben, ne? Und dann, ja Ich denke mal schon Das muss sowieso weg Das werde ich dann vielleicht morgen weiter machen Offline Dann tue ich euch das nicht an hier Sonst wenn ich das jetzt alles weg mache Das dauert sonst eine ganze Folge oder so Das mache ich dann offline Dann mache ich alles nur eine Ebene hin Und das ist gut Und Pferdchen reiten müssen wir auch mal wieder Man, wie lange wollte ich schon Pferdchen reiten Wir sind das Fury hier oder was? Fury Ja, hallo Fury, ja, hallo Ja Ne? Jo Du, das auch hierbleiben Keine Angst, ne? So, ich denke mal Das ist für euch nicht ganz so langweilig Werte Ich mache dann Obwohl ich mache jetzt auch hier Pause Weil ich, ne? Wir haben ja einen Termin heute Jo, das mache ich dann offline weiter hier Und ich warte mal auf euer Feedback Auf eure Antworten Falls bis morgen nichts kommen sollte Dann mache ich das einfach hier hin Das Feld Und dann ist es gut Aber ich bin mal gespannt Was ihr dazu sagt Aber ich denke mal Das sollte hier wunderbar Hier entpassen Und es wird dunkel Naja Jo, wenn es euch gefallen hat Lasst mal doch was schönes da Feedback auf jeden Fall Abo nach oben Das würde mich sehr Wird mich sehr drüber freuen Feedback mit Kommentaren Auch hauptsächlich, ne? Weil ich frage euch ja immer Ne? Deswegen Immer Feedback Kommentare her damit Äh Daumen nach oben Jo Und wir sehen uns In der nächsten Folge Tschüss Und wir sehen uns